Hatte Lord Voldemort selber ein dunkles Mahl auf seinem Arm oder nur seine Todesser? Das und mehr jetzt in diesem Video. Heute sprechen wir über Lord Voldemort, seine Anhängerschaft und eines der furchteinflößendsten Symbole in der Welt der Zauberer, das dunkle Mahl. Die Todesser waren Voldemorts treuste Gefolgsleute, sein engster Kreis, und gemeinsam gehorchten sie seinem Befehl, um die Zaubererwelt zu säubern. Ihr Ziel war es, die Autorität reinmütiger Zauberer zu etablieren und als fanatische Anhänger von Voldemort wären sie bereit gewesen, alles zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. Obwohl Voldemorts Ziel darin bestand, diejenigen zu unterdrücken, die nicht reinmütig waren, mag es überraschen, dass einige ihrer wenigen offiziellen Mitglieder selbst nicht reinmütig waren, wie etwa Fenrir Greyback, aber der war gar kein richtiger Todesser, er war einfach nur ein Anhänger von Voldemorts. Deshalb ist es wichtig, eine klare Unterscheidung zu treffen. Wahre Todesser trugen das dunkle Mahl, ein furchteinflößendes Symbol, das wie eine Tätowierung auf deiner Haut eingebrannt war. Dieses Mahl war den loyalsten und hingebungsvollsten Anhängern Voldemorts vorbehalten und symbolisierte ihre Verpflichtung, die Zaubererwelt zu säubern. Es wurde oft benutzt, um Angst und Schrecken zu verbreiten und wurde häufig mit dem Fluch Mordsmoor in den Himmel projiziert. Dann erkannte er, dass es ein kolossaler Schädel war, der aus etwas bestand, der wie Smaragdsterne aussah, mit einer Schlange, die wieder eine Zunge aus dem Mund ragte. Während sie zusahen, stieg es immer höher und höher, loderte in einem Dunst aus grünem Rauch, der sich gegen den schwarzen Himmel wie eine neue Konstellation erhob. Es gibt jedoch widersprüchliche Informationen darüber, ob Voldemort selbst ein dunkles Mahl hatte. Im Kapitel 33 des Feuerkeichs deutete Voldemort an, dass er und seine Todesser durch das dunkle Mahl wieder vereint sind, nachdem er in seinen Körper zurückgekehrt ist. Willkommen meine Todesser, sagte Voldemort leise. 13 Jahre. 13 Jahre seit unserer letzten Begegnung. Und doch antwortet ihr auf meinen Ruf, als wäre es gestern gewesen. Wir sind immer noch durch das dunkle Mahl vereint, oder etwa nicht. Die Frage bleibt also, ob Voldemort selbst ein dunkles Mahl besaß, oder ob es sich hier um eine metaphorische Vereinigung handelt, die durch das Symbol der Todesser dargestellt wird, und er einfach nur der Anführer ist, der selber keins hat. Auf der anderen Seite scheint Voldemort auch Wurmschwanz dunkles Mahl zu verwenden, um die Todesser herbeizurufen. »Streck deinen Arm aus«, sagte Voldemort träge. »O Meister, danke Meister.« Er streckte den blutenden Stumpf aus, aber Voldemort lachte erneut. »Den anderen Arm, Wurmschwanz.« »Meister, bitte, bitte.« Voldemort bückte sich und zog Wurmschwanz linken Arm heraus. Er schob den Ärmel von Wurmschwanzrobe bis über den Ellenbogen und Harry sah etwas auf seiner Haut. Etwas, das wie eine leuchtende rote Tätowierung aussah, ein Totenkopf, aus dessen Mund eine Schlange ragte. Das gleiche Bild, das bei der Quidditch-Weltmeisterschaft am Himmel erschienen war, das dunkle Mahl. Voldemort betrachtete es sorgfältig und ignorierte Wurmschwanz unkontrolliertes Weinen. »Er ist wieder da«, sagte er leise. »Sie werden es alle bemerkt haben. Und nun werden sie es sehen. Jetzt werden wir es wissen.« Die obige Passage deutet stark darauf hin, dass Voldemort kein eigenes dunkles Mahl hat. Aber das wirft die Frage auf, wenn er kein dunkles Mahl hat, wie kann er dann die Todesser herbeirufen? Kapitel 19 des Ordens des Königs legt nahe, dass Voldemort, um die Todesser zu rufen, eine ihrer Narben berühren muss. Wenn Voldemort eine von ihnen berührt, brennen alle ihre Narben und sie wissen, dass sie sich ihm anschließen müssen. Nach einigem Nachdenken bin ich zu dem Schluss gekommen, dass nein, Voldemort kein eigenes dunkles Mahl hatte. Und ich sage das, weil, warum sollte er jemals das eines anderen berühren, wenn er sein eigenes hatte? Das dunkle Mahl war eine Möglichkeit, seine Loyalität zu seiner Sache zu zeigen. Aber auch auf Umwegen war es für ihn eine Methode, die Kontrolle über seine Anhänger auszuüben. Da Voldemort der Chef war, der Boss, warum sollte er jemals eins brauchen? Eine interessante Facette des dunklen Mahls ist auch seine Fähigkeit, als Kommunikationsmittel zwischen Voldemort und seinen Todessern zu dienen. Jedes Mal, wenn Voldemort das Mahl eines Todessers berührte, sendete er ein unmissverständliches Signal, es ist Zeit zu handeln. Die schuf eine Atmosphäre ständiger Bereitschaft und Angst unter den Todessern, da sie jederzeit zur Rechenschaft gezogen oder in Aktion gerufen werden konnten. Das dunkle Mahl war somit nicht nur ein Zeichen der Zugehörigkeit, sondern auch ein Instrument der Macht und Kontrolle. Das dunkle Mahl war jedoch nicht nur ein Symbol des Schreckens und der Kontrolle, sondern auch ein Zeichen der Ausgrenzung. In der Gesellschaft der Zauberer, die ohnehin schon mit Vorurteilen und Diskriminierung zu kämpfen hatte, trug das Mahl dazu bei, die Kluft zwischen den verschiedenen Gemeinschaften weiter zu vertiefen. Die Todesser, die es trugen, wurden als fanatische Verfechter einer reinen Buglinie gesehen und ihre Taten führten zu einer Atmosphäre des Misstrauens. Trotz seiner finsteren Natur gibt es eine faszinierende Komplexität in der Struktur der Todesser. Viele von ihnen wurden aus nicht freiwilligem Willen, sondern durch Manipulation, Angst und Zwang in Voldemorts Dienst gezwungen. Das dunkle Mahl war in diesen Fällen nicht nur ein Zeichen der Treue, sondern auch ein Symbol ihrer Gefangenschaft. Es verdeutlichte die grausame Macht, die Voldemort über seine Anhänger hatte und die Brutalität, mit der er sie dazu zwang. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das dunkle Mahl ein zentrales Element in Voldemorts Herrschaft des Terrors war. Es verkörperte nicht nur seine Ideologie, sondern diente auch als effektives Mittel zur Einschüchterung und als Kommunikationsmittelweg. Ob Voldemort selbst ein dunkles Mahl trug, bleibt zwar umstritten, doch seine Fähigkeit, die Todesser durch dieses Symbol zu lenken und zu vereinen, steht außer Frage. In der Welt der Zauberer bleibt das dunkle Mahl ein Symbol für Angst, Unterdrückung und die dunklen Zeiten, die Voldemort und seine Anhänger heraufbeschworen haben. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Was denkst du darüber? Denkst du, Voldemort hatte sein eigenes dunkles Mahl? Schreib es gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.